Es ist wieder soweit, dass die Sussexes ihr jährliches Weihnachtsspiel im Buckingham Palace austragen. Die königliche Familie hat ihre Einladungen für das diesjährige Weihnachtstreffen in Sandringham offiziell verschickt. Und raten Sie mal, wer es nicht auf die Gästeliste geschafft hat? Das ist richtig, Prinz Harry und Meghan Markle sind ungefähr so willkommen wie ein Schneesturm im Juli. Laut die Express veranstalten König Charles und Königin Camilla eine große Weihnachtsfeier in Sandringham House. Die im Ballsaal stattfinden soll. Ein gut informierter Insider witzelte, dass eine große Anzahl an Leuten anwesend sein wird und man darauf wetten kann, dass Harry und Meghan ganz oben auf der Liste nicht einladen stehen. Stellen Sie sich die Auswahl vor, ein Braten in Buffetform, serviert in einem Ballsaal voller königlicher Verwandte, während Harry und Meghan wahrscheinlich irgendwo in Montecito schmollend auf einer Couch sitzen. Das traditionelle Bratenessen des Königs, alles, was dazu gehört, und ein deutlicher Mangel an Sassigs Drama. Königin Camilla lädt ihre Kinder und Enkelkinder an und verwandelt die königliche Zusammenkunft in ein vollwertiges Familientreffen. Es wird ein Huishu der königlichen Familie sein, ohne die beiden, die zu glauben scheinen, dass sie ihre endlose Saga des Ausgeschlossenseins fortsetzen können. Prinz William und Prinzessin Kessrin werden in ihrem nahegelegenen Haus, an Mahal, übernachten, kommen aber wegen des festlichen Spaßes vorbei. Auch Prinzessin Beatrice ist mit Babybauch und ihrer Familie im Schleppdau zu sehen. Vergessen wir nicht Harrys unaufhörliches Jammern über die Sicherheit. Er quält sich immer noch mit dem Gedanken, dass er einen separaten Sicherheitsdienst braucht, nur um in Sandringarm aufzutauchen. Es ist wirklich lächerlich. Wenn Sie die Kühnheit hätten, zu Weihnachten einen Fuß nach Großbritannien zu setzen, wären Sie in die Sicherheitsblase des Königs eingehüllt. Doch offenbar sind die Sicherheitsvorkehrungen des Königs für den ehemaligen Ersatzmann und seine Aktentaschenbraut nicht gut genug. Was für eine Art, in einer Fantasiewelt zu leben. Apropos Fantasien, lassen Sie uns die klassische Sussex-Ausrede für die Nichtteilnahme aufschlüsseln, Sicherheitsbedenken. Es ist der perfekte Sündenbock, um den Eindruck zu erwecken, es sei Ihre Entscheidung, nicht an den königlichen Feierlichkeiten teilzunehmen, anstatt zuzugeben, dass sie einfach nicht eingeladen wurden. Der Buckingham Palace hat das Narrativ wunderbar umgedreht und alle werden sie oder wollen sie nicht? Geschichten aus den Boulevardzeitungen präventiv mit einem eindeutigen Nicht-Eingeladen- und einer fachmännisch eingesetzten Sicherheitsbegründung unterdrückt. Man kommt nicht umhin, sich zu fragen, ob der Buckingham Palace auf subtile Weise andeutet, dass es tatsächlich Harry und Meghan sind, die das Sicherheitsrisiko darstellen. Schließlich scheint es eine kluge Entscheidung zu sein, sie so weit wie möglich von den valesischen Kindern fernzuhalten. Normalerweise vermeidet die königliche Familie öffentliche Ausladungen wie die Pest, aber dieses Jahr haben sie offensichtlich genug von den unaufhörlichen Spekulationen und dem Drama, dass die Sussexes überall hin begleiten. Die Feiertage sind nur eine weitere Gelegenheit für Harry und Meghan, in ihrem eigenen Selbstmitleid zu schwelgen, während der Rest der königlichen Familie ein traditionelles Weihnachtsfest genießt. Da sie keine Chance auf einen Olivenzweig oder einen Sinneswandel seitens der Firma haben, sind sie draußen. Was werden sie dieses Weihnachten machen? Vielleicht schreiben sie weitere stimmungsvolle Mimwaren, während der Rest der Royals damit beschäftigt ist, zu essen, zu lachen und das Leben ohne das Sussex-Drama zu genießen. Die ewige Weihnachtssaga von Harry und Meghan ist erneut an eine Mauer gestoßen, keine Weihnachtseinladung, keine Zusammenkünfte der königlichen Familie und absolut keine Chance, dass sie jemals wieder dabei sein werden. Es ist eine schwierige Wahrheit für sie, aber dieses Weihnachtsfest wird für die Sussexes wie jedes andere sein, langweilig, eintönig und eindeutig ohne königliche Fröhlichkeit.